Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es, eure Tina aus der Kreuzfahrt Lounge und ich befinde mich derzeit an Bord der neuen Mein Schiff 7. Ja, ich möchte euch gerne auch ein paar Kabinen hier an Bord zeigen. Ich befinde mich gerade in einer Innenkabine, aber es ist hier keine Standard-Innenkabine, nein, es ist eine barrierefreie Innenkabine, denn auch für unsere Gäste mit eingeschränkter Mobilität wollen wir natürlich auch den besten Traumurlaub ermöglichen. Ja, und deshalb schwenke ich jetzt einmal die Kamera um, damit ihr sehen könnt, was ich eben auch sehen kann. Ja, beginnen wir direkt im Eingangsbereich. Hier seht ihr, dass die Sicherheitshinweise natürlich auch entsprechend etwas niedriger angebracht sind. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in der 3018, das ist auf Deck 3. Im vorderen Bereich des Schiffes wichtig für euch zu wissen, hier findet ihr auch immer eure Musterstation, wo ihr euch im Notfall hinbegeben dürft. Es wird auch nochmal das Notsignal erklärt. Ja, wo findet ihr die Rettungswesten und was ist wichtig zu beachten im Notfall. Ja, im Eingangsbereich findet ihr die Kleiderhaken. Auch die sind entsprechend etwas niedriger angebracht, als man das sonst eigentlich kennt. Dann geht es hier auf der linken Seite weiter mit dem Badezimmer. Da gehen wir einmal direkt als erstes rein. Die Dusche ist natürlich entsprechend großzügig gestaltet, sodass ihr hier die Handläufe findet, eine Sitzmöglichkeit. Und natürlich der Eingangsbereich ist barrierearm, sodass man halt eben dort auch mit dem Rollstuhl gut Platz hat. Die Toilette, ganz wichtig natürlich auch den Notknopf und auch ein Telefon für den Notfall. Und ja, hier das Waschbecken mit den Ablagefächern. Und hier unten drunter seht ihr natürlich entsprechend ist auch Platz gegeben, damit man hier auch wirklich gut mit dem Rollstuhl unter das Waschbecken fahren kann. Dann gehen wir weiter in die Innenkabine. Wir haben jetzt hier einen großzügigen Spiegel. Ihr seht auch hier den großen Platz, ja. Denn es ist natürlich auch wichtig, dass man hier mit dem Rollstuhl gut herumfahren kann. Dann haben wir hier neben dem linken Bett, ja, einmal nochmal Ablagemöglichkeiten. Ein kleines Regal, aber auch hier eben nochmal die Schubladen, Telefon. Und hier oben auch, wie gewohnt, bei den Kabinen auf der Mein Schiffflotte die Oberschränke. Neben dem Bett findet ihr hier auch nochmal einen Notfallknopf. Dann haben wir hier noch einmal das Licht für die Leselampe. Ihr habt aber auch hier wieder einen USB-Anschluss. Und jetzt gehen wir nochmal auf die rechte Bettseite. Auch hier findet ihr wieder die Leselampe, Notfallknopf, Ablagefächer. Ja, und neben dem Bett finden wir auch das Sofa. Wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier die Möglichkeit, eben durch den Bettkasten unten drunter, das Ganze noch für eine dritte Person aufzubetten. Dann haben wir auch hier gewohnt den Schreibtisch, der ist jetzt auf der Mein Schiff 7 etwas schmaler gestaltet worden, aber auch hier etwas höher, sodass man auch hier wieder gut mit dem Rollstuhl drunter fahren kann. Und dann eben auch ausgestattet, wie üblich, mit der Wasserkaraffe, wo ich mir hier an Bord am Deck mein frisches Wasser zapfen kann aus der Anlage. Die Wassergläser entsprechend dazu, Espresso, Kaffeetassen. Das Wasser, was ich gegen Gebühr auch ebenfalls nutzen kann, das wird dann über die Bordrechnung abgerechnet. Und die Kaffeemaschine darf natürlich auf der Mein Schiff-Flotte auch nicht fehlen. Hier an der Seite findet ihr außerdem noch weitere Steckdosen, Lichtschalter. Der Föhn ist natürlich auch da. Und gehen wir wieder in Richtung Eingangsbereich. Diesmal gegenüberliegende Seite. Und zwar haben wir hier dann den Kleiderschrank. Und wenn ihr genau schaut, auch der Kleiderschrank hat natürlich hier ein Detail, was ganz, ganz wichtig ist. Die Türen lassen sich nicht nach außen öffnen, sondern das sind eben entsprechend Schiebetüren, sodass man hier eben auch entsprechend im Rollstuhl diese Türen prima öffnen kann. Bademäntel sind natürlich auch wieder vorhanden. Oben sind die Wolldecken. Wenn wir jetzt einmal die Bademäntel an die Seite schieben, seht ihr natürlich auch hier unten einmal die Slipper. Aber auch hier nochmal ein wichtiges Detail. Und zwar haben wir hier natürlich die Möglichkeit, durch den Griff, der gegeben ist, die Kleiderstange nach unten zu ziehen. Damit man eben auch dort an die Kleidung wie Hemden, Jacken und Kleider rankommen kann. Und auf der anderen Seite findet ihr dann hier nochmal weitere Ablagefächer. Die Wäschebeutel, falls ihr den Zimmer-Service bzw. den Wäsche-Service nutzen möchtet. Und der Safe ist natürlich auch auf entsprechender Höhe angebracht. Ja, diese Kabinen sind für die Gäste vorgesehen, die tatsächlich auf diese Barrierefreiheit angewiesen sind. Das heißt, diese Kabinen sind auf Anfrage buchbar. Meldet euch dafür gerne bei uns in der Kreuzfahrt-Lounge. Wir melden das Ganze für euch bei Mein Schiff an. Ihr füllt bitte für uns dann noch ein Formular zur Barrierefreiheit aus. Das wird dann mit der Buchung eingereicht. Und dann könnt ihr an Bord, ja, hier bei der Mein Schiff 7, euren Urlaub genießen. Und wir freuen uns sehr auf eure Anfrage, sind bei allen Fragen und Wünschen sehr gerne für euch da. Ich wünsche euch noch was. Bis dahin. Ciao.